Ja, man, das ist ein... Achso, ein Platin, genau. Wisst ihr, das ist cool, das ist gemeinlich. Ja, das ist sicher, sorry. Wisst ihr, das ist geil, das ist, wenn man sich hinlegt, kann man ja unter alle Schülerten gucken. Und man sieht leider bei der letzten Sette, wo normalerweise ein Typ mit dem Ding entstehen müsste. Keine Beine. Warum ist der eine bläulich? Oder liegt der an seinem Skid? Nee, sein Rahmen ist auch so bläulich. Oh, der ist Platin. Nein, das hat er sich gekauft. Den hat er sich hochspielen lassen für 10 Euro. Der war Platin. Ja, genau, er hat Geld bezahlt und hat sich den hochspielen lassen. Wie hast du denn Platin erreicht? Ey, das sieht aber cool aus. Mit K. Du hast doch so viel Re-Cardation momentan. Ich weiß nicht. Ich weiß es selber nicht. Ich hab mich noch. Das war doch heutzutage, aber das war doch letzte Season. Ja. Ach. Ja, letztes Mal ist Platin. Ja, letztes Mal ist das Retardation des Todes. Da war das Level der Retardation noch nicht so hoch. Jetzt bin ich im Moment Gold 1. Oh, der Retardation. Gold 1. Ich kann übersehe ich mal einen Vortrag an der Uni halten. Gold, nein, ey. Da ist Manfred ja schon höher als du. Aber die haben das krasse Team. Sie haben echt ein krasses Team. Ist das schon Platin, Manfred? Meint, du brauchst dich? Ja. Ja, also. Er ist Gold 1. Das ist ein Schritt vor Platin. Aber die Age hat jetzt ja Gold 1. Und Manfred ist auch schon Gold irgendwo warst. Die haben ein krasses Team. Du bist aber ohne zu spielen schon Gold 1, ne? Wahrscheinlich. Ne, ich war bei Silber. Ja? Du hast gesagt, Leute mit dieser rote Dinger sind ehrenhafte Gegner, ne? Ja. Oder war es irgendwas mit Arschkriechen oder irgendwas ähnliches? Ja, oder gute Arschkriecher. Ja, das ist gerade ein Arschkriecher. Und was ist mit Mike? Ja, Mike ist ja einer. Ich bin ein guter Spieler. Das ist so einer, der am Ende des Spiels schreibt, ja, well played, XY. Ich liebe euch. Ja, ja. Das heißt, ich kriege es. Ja, und dann kriegt er Punkte von den Gegnern. Nein. Und dann kriegt man das Ding. Ich bin einfach immer ein optimistischer Mensch. Und ich beeinflusse meine Leute in meiner Umgebung. Ja. Ich bringe den Glück und so weiter alles. Mike, ich verlasse mich auf dich, ich habe nur einen Maler-Pot. Wen bekomme ich den Top? Hey, Herr Kläser, sag mir mal, wen ich Top bekomme. Wayne oder Quinn? Quinn. Ich denke mal eher Quinn. Orient, wer so will ich den Top auch? Ich fange mit einer Close-Arme an. Ich fange mit einer Close-Arme an. Wayne war sogar übertrieben gut als Top-Spieler immer. Ja. Eine Wayne hat mir meinen Goldrahmen versaut. Das ist so scheiße. Wayne ist Top-Richtig stark. Aber die haben, ich, Quinn und Wayne sind beide ziemlich stark. Das ist, im letzten Game for Gold hat uns eine Top-Vane kaputt gemacht. Ich bin gerade so ein Sleep-Modus. Also ich spiele sie wie Silber. Oh, Leute, das war auch. Dann spiele ich wie Silber. Du nerviger. Ich spiele sie wie Silber. Mal auch. Ich bin auf dem Weg. Ich ping sie da, wie die Verrücken. Das ist die Erfindung des Teufels, SmartPink. Hör mal auf, ey, das verwirrt mit Paul. Weißt du, mein Freund kommt gleich. Dann bin ich nicht mehr so konzentriert. Egal. Dann spiele sie wie Bronze-Fünf. Mein Reise ist nur beginnend. Dann kann ich alle mal ein Händchen spielen. Versuchte, Tag, jetzt habe ich gepusht. Quinn, die Quinn. Aber ich werde noch besser, die Quinn kann nur gerne machen. Die Quinn. Gegen eine bessere Quinn verdient. Wieso spielst du eigentlich nicht mehr Vayne-Ther-T? Du bist doch eine Zeit lang damit rumgelaufen. Ja, weil ich den AD-Carry-Slot nicht bekomme wegen einer bestimmten Person. Hey, ich hatte dir gesagt, du willst den haben, aber du willst ihn nicht. Ja, genau. Jetzt ist es auf einmal das. Hier jungelt er ein Wohli-Bär, okay. Oh, ich habe Angst, ich gehe beruhigen, Alter. Wie estuvierst du? Warum? Wo du sie gallonsklassen kannst du zu uns? Da bist du mit Picasso-Ther-Ther-Ther-Ther-Ther-Ther-Ther-Ther-Ther-Ther-Ther-Ther-Ther-Ther-Ther-Ther-Ther-Ther-Ther-Ther-Ther-Ther-Ther-Ther-Ther-Ther-Ther-Ther-Ther-Ther-Ther-Slot. Wie du sie machst. Ich bin www.m.atent, dass Cheesehead-Ther-Ther-Ther-Ther-Ther-Therch possa-Ther-Ther-Ther-Ther 위해hberschritt. Also eine habe ich verloren, so Norme und eine habe ich verloren, weil das so ein Zufall, blabla, irgendwas da war. Magnus, kannst du mir helfen? Wo die ganze Zeit so einen Mongobbaum auf mich losgegangen ist, aber ich kenne das so fast das. Magnus? Du kannst doch ruhig bei Namen, die Aids. Komm vorbei. Magnus? Dann komm vorbei. Ja, ist okay. Fuck, jetzt habe ich noch ein Skill verkackt. Spiel... Oh, Vienna, sei Support schon lange? Oh, ganze Scheiße! Magnus! Ja, jetzt, gehau ab! Annie Magnun! Magnus, hau ab! Ja, ja, GG. Oh, der hat zu überleben. Ja, aber jetzt hat er ziemlich viel Zeit für Wing, für Jungle und so weiter. Ja, der hat noch seinen kompletten Wald offen. Wow, dieser Damage, der ist ein nicht existierender Schaden. Ist euch hier sonst 130? Dann fand ich die Orianna eigentlich Support schon lange? Nein, die will die Code picken einfach, ist egal. Orianna funktioniert ja anscheinend als Support. Ah, nein, ich habe auch schon mal Ari Support. Ich auch. Ist ja egal, welchen Temp die als Support nehmen. Eben. Pass auf, Pantheon Support spielen. Okay. Das funktioniert auch. Gangplank. Gangplank ist cool als Support. Stimmt, ich wollte auch mal Soraka ausprobieren, aber irgendwie ist nichts ausgeworfen. Ich habe auch schon mal Vayne Support gespielt. Soraka, das ist cool. Mit AD Soraka. Da war ich Support Vayne. Wann ist mein Erkannten? Wenn wir ein Spiel machen, ne? Dann spiele ich Adi Karin und jemand spielt auf irgendwo mit mir. Oh, bescheidene. Spured's war langweilig. Ja, gar nicht. man ist ja wohl und so wollte ich aber ich lasse ich nicht an der Kälte spielen ich kann auch sofort spielen Sonne macht eigentlich voll Bock für acht weiß ich was du hast Schuhe zu Porten finde ich sogar schwerer als an die Kälte macht die sogar mehr das hat sich die Trittinchen nach so dass es ist krass jetzt schon fünf mehr als erzielt und ich immer um die Wieslange wie Henning in dem Spiel das Spiel zwei Minuten später ich hab keinen Bock mehr wie verlieren wir spielen er das nicht das nicht aber ich schütze ich verkacken mehr als es aus sich kracken können wenn du gut sein willst das kann was zu verkacken schon wieder ein verkacken was er was essen will er will was was nicht ich doch nicht und sie nicht so neugierig er war anders denkt oder verletzt er hat uns haben noch ein paar zu benutzen er machte Schaden dieser Bau auch und schon länger ich dachte du kommst noch 54 wieder einmal die eine Woche aufgeholt ohrmann scheiße waren sie kurz in zwei ich wollte es nur gesagt haben braucht Hilfe gegen den Rhein oliver kommt ja weil ich auch Hilfe brauche jetzt ist zu spät ich verreckte schon wieder hier ja dann geht verdammt ey da hat überall die nö den nicht killst ne so scheiße aber komm B wir gehen B wir müssen auch kaufen ich komme auch mit nem Byte zurück wir port dich doch nicht so offensichtlich da haben die glaube ich gewordet eh du stirbst Glück gehabt auch mal in der Stadt Scheiße können wir jetzt machen die in den noch da nehmen machte mich an der Bordgeburt die machen ich will machen jetzt schon weg und am lieb und vor befeucht doch gegangen werden denken beide noch da ich weiß nicht wie die das macht wir haben gerade ihre lenke fließt und alle minions töten das vom tower und trotzdem hat die noch mehr als ich das ist unglaublich äh ari fehlt folie wer ist dingens rausgebetet passiv haupt her so dass er vor nur den dritten Prozent weil ich dachte ich hatte den ja die vierte auch der die Krim macht mich platt er wird nur um ja die sieben da besteht der Weg kann ich auch nicht machen was das holt ja ich komme ich in der Rang ich war vorhin und als ich in der Rang war war so toll ich habe kein Flash komm 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 deswegen kann sie wie sondern slow and flash mit versuch noch Wolli zu kill durch slow and flash hatten sie jetzt ne Kill ich spiele mit AD carrier nicht mit Flash also ich habe noch nie mit Flash gespielt das werde ich auch nicht machen weil ich damit nicht klarkomme ich habe das einmal gespielt und dann total verkackt dann muss ich nicht damit klar dann muss man was nicht kann dann übt man das ist so wow verpiss dich wir haben jetzt ein Problem weil die jetzt haben einen Farmer nach vorne rückt und ich Magnus was machst du du hast 286 hat mehr mehr als zehn herzig Magnus ich möchte er sich in der Hand mit mir erklären was du gemacht hast ich habe gesagt mal ein Volk ist da Amtel die war sogar noch in den Bursch drinnen ich habe noch eine Freundin ist da das war sehr nett so so und zentriert werden aber nicht geworden war gerade da in der Versammlung oder war gerade Wolli Wo? Hier. Dann sag nicht immer da, sondern... Tolle Straße! Sie ist schon jetzt schon seit 10 Minuten da. Ich sitze hier immer 10 Minuten vor deiner Tür, bevor jemand die reinlässt. Das merkt man. Mann, ey. Ja! Ihr seid solche Arschlöcher, ne? Bringt sie schon Essen mit, dann... Ja, aber wir kennen das deine Freunde von... Ach so, das ist deine Freunde. Mann, wir machen nicht die Tür auf. Nein. Ich spreche nicht zu Fremden. Ey, Wolibeermitte. 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 Ja, die Edge-Tot. Oh, mein Gott, was von einem Killing-Spring? Oh, mein Gott, was von einem Killing-Spring? Wir verliehen das auf allen Names, weil wir einen komischen Jungler haben. Was komischer Jungler. Oh nein, jetzt haben wir den noch komischeren Jungler. Am Arschloch komischeren Jungler. Bist du betrunken? Dann, entferne dich bitte vom PC. Jetzt 14 oder so, oder? Wie alt bist du? Ich weiß nicht, dir hat doch Blut, was auch. Mit 14, dann lag ich schon irgendwo im Sohn. Und Red auch noch, schieße. Das war so. Hier steht, hier steht Amo. Ja, das war nicht ich. Ich bin immer noch nicht dran. Oh, Alter. Du kommst dir aber nicht mehr an. Na, ich spiele doch jetzt richtig gut für dich. Digga, ich toffe den Güttel, ne? Güttel des Lebens. Alles klar, gut. Das Schlimme ist, dass der genauso redet wie Magnus. Nein. Der ist viel schrinder. Der heilt mehr. Ach so. Arsch. Konzentriert euch. Volibear kommt runter. Ja, killt den, bevor, bevor Volibear euch zerstört. Hinter euch. Ah. Hörte mich. Slow, slow ihn. Mach ihn los. Auto-attack ihn. Los, weiter. Geht nicht. Ich hab schon alles rausgehauen. Greif ihn weiter an. Greif ihn weiter an. Du hast doch eine Kalle neben dir. Mann, Mann. Los. Los. Oh, Gott. Und dann stiehlt sie auch noch. Den zweiten Kill. Ich war die ganze dran. Ja, und? Du hast nichts gemacht. Nee, das ist echt nicht witzig. Und dann auch noch was stiehlen, oder wie? Bring me a real gem. Das nächste Spiel kannst du ohne ich nicht spielen. Du hast auch schon die Vayne bekommen gehabt, als wir die gekillt haben. Man muss echt ein bisschen aufpassen. Ja, okay. Ja, okay. Kai, brauchst du Blue, oder? Ja, wäre nicht schlecht. Ja, warte. Oder hattest du noch dein, 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 dein Skill, wo du dich schneller laufen kannst, wenn du dich von dir wegkommst, glaube ich? Ich hab grad erst gekauft. Ja, nein, gekauft nicht. Ich mein, äh, den E. Nein, nein, den E. Der E. Der E-Movement-Speed, dass ich schneller bin. Hab ich doch. Ich hab nicht hier und Movement-Speed gegeben. Aber ich hab den erst auf, äh, auf 1G gemacht. Ich hab hier zuerst voll Geld in der Bühne. Gott, wie spielt die denn? Tritt ihn, bitte. Mach Ulti oder so. Ja, gleich. Ja, süß, süß, mori. Ciao, ich hab mal bei den Jahren. Da, Mann. Der war full life wieder, ey. Ich glaub's nicht. Er hat auch, wenn er weiter noch sterbt. Was kaufen die, dass sie so viel Leben hat? Die hat doch nur Blade of the Moon King. Warum macht ihr so viel Schaden? Ich glaub, wer ist wieder unter den Top 3 der Adi-Carries. Hoffe ich. Ist die echt? Ja, hoffe ich. Dieses Blade of the Moon King ist okay, Anni. Ja, Magnus. Das ist echt nicht witzig. Lass die Botlane in Ruhe. Hat er schon bei mir geputzt drin? Was? Nein, der soll mal hochkommen. Ihr wisst schon, dass ich keine Chance hab gegen Rang, ne? Jurelia? Komm, komm hinter dir her. Die haben auch kein Ding jetzt mehr. Boah, heller. Witzschau. Jurelia ist echt cool, ey. Ey, pass auf hinter dir. Und jetzt? Hilfe bekomm ich ja nicht. Das ist doch scheiße. Ey, Bolivier, komm, Bolivier, komm. Gerne machen, fertig. Wenn du noch hier bleibst. Ja, sie sind in Adler-Form, bitch. Das ist auf jeden Fall nicht, so, ähm. Da kommt Bolivier, ne? Siehst du ja. Ne, das war so ein King, 1400. Kommt der noch? Kommt der noch? Kommt der noch? Ja, der steht da. Ja, der kommt bald. Wie ist das? Wie ist das? Das wurde der Kerber töten. Und ich würde sich dann weg an, irgendwie ehrlich gesagt. Ja, ich hab so Angst vor Ari. Was ist das für Ari? Das ist nicht drin. Das ist ja. 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 Jurelia. Das kommt schon. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Hast du? Ari, ich hab doch heute. Ich würde, mein Gott, den eh auf mich drauf kreuen und uns beide gekillt. Wer hat sich das denn geschafft, Alter? Das ist jetzt krass. Ja, jetzt nicht tot. Wer ist das denn? Wer ist das für uns? Wer ist das denn? Scheiße, ich hab meinem Gott, ey. Warum seid ihr eigentlich noch da zusammen, alle hierhin gelaufen? Du, Magnus und Sona. Ich bin Magnus hinterher gelaufen. Ja, Magnus, du musst ein bisschen aufpassen, ob du lang rennst. Ari war so zu hinter mir. Wir können doch nicht zu viert in der Falle laufen. Es war schon schön, dass wir zu zweit gelaufen sind. Ja, sie hätte mir ja nicht hinterherrennen müssen. Du hättest uns nicht hinterherrennen müssen. Ja. Krass, da hat Ari sechs Kills. Und dann war Ari hinter mir. Und die Quinn hat auch sechs Kills. Wir machen uns fertig, deswegen. Du hast es. Die machen jetzt ein Red, ne? Die facken jetzt seinen Rangel ab. Mal gucken. Wir haben die... Aber trotzdem. Rolly ist stark, ja. Hm. Wir haben den großen Golem gemacht. Er hat sechs, ähm, hieß sie ja. Ari hat sechs, äh. Ja, und dann hol ich immer Red auf, komm. Ja. Mach deinen Hellen aus, jetzt. Bring me a real challenge. 150 hat die Vein an Farmen. Das ist doof. Du ist auch wieder da. Alles Gäden. Komm schon, die müsst ihr kriegen. Rolly. Magnus. Du bist... Oh mein Gott. Boah. Ehrlich? Die ist von Anfang an nach rechts weggelaufen. Warum darfst du hier in den Busch rein? In welchen Busch? Du bist nach oben in den Busch reingelaufen. Nein, bin ich nicht. Du bist hier oben hochgelaufen. War ich der Einzige, der das gesehen hat? Ja. Oh, hier ist Olibeer. Nicht mehr beschäftigt. Nein, war ich nicht. Olibeer, das ist eine. Komm, Olibeer ab. Nein, man, Orianna ist da. Super. So viel Schaden, Alter. Und keine Wads hier. War am besten mal genau hier. Genau hier. Jetzt nicht. LOL. Hat die sich... Und jetzt kannst du nicht gehen. Ich bin weg in die Mitte. LOL, ey. Hier. Nein, halt nicht. Ja, ich warte das schon. Ja, ich bin unterwegs. Ist ja so ein Scheiße. Also hier mit diesem Team. Einfach Scheiße. Nein, jetzt geht weg. Geht zurück. Lieber. Weil Werden kommt von unten. Einfach Scheiße. Boah, eine Tasche, Alter. Ja, das ist jetzt recht gefällt, dass die Arise Skills hat und die Vayne auch. Ne, gar nicht. Quinn von denen. Kaum eine Chance jetzt. Haben die den wieder geklaut? Haben die den wieder geklaut? Oh, nein. Oh, nein. Jetzt mit Oriana und Acht. Ich komm auch. Oh, lol. Die Van hat mich... Die Van hat mich nicht gesehen. Normalerweise. Da waren wir drauf. Quinn kommt auch von der Seite, ne? Das ist auch... Der hat mich da fast geklaut. Wer kommt von der Seite? Komm her, Magnus. Ja, pass auf. Was willst du? Dann, Magnus, die kommen heute. Du hast gar nichts, geh weg. Die sind beide oben jetzt. So. Die kommen uns entgegen. Ey, hier ist die. Hier ist die. Weg, weg, weg. Der hat uns aber beide alle gesehen. Die kommen vor oben auch noch. Adapt to all situations. Jetzt hör auf, Mann. Geh weg, du Missgeburt. Magnus? Was machst du da? Wir haben doch gesagt, wir sollen das nicht reinlaufen. Die sind da alle. Sie waren von da. Nein, die waren... Sie waren die ganze Zeit da. Ich hab sogar sie mir auch gemacht. Ah. Krass, ohne Witz. Was ist denn hier los mit euch? Endlich nur Magnus. Was ist denn jetzt? Zwei bleiben hier, zwei top. Mike, halt das. Wenn du willst, können wir auf Vayne gehen. Nein, will ich nicht. Willst du nicht? Nein, garanti nicht. Ja, ohne Kills verlieren wir das Spiel. Ulzi. Hab ich. Ich komme. Ich will, die haben den Karten noch krank. Schorelia. Alles cool. Speed. Oh, da ist Volli. Good job. Meine old war awesome, ne? Super. Hast du die normalerweise Schicksal gemacht? Dann, so, go. Ja, Ari, er macht grad weg, wa? Stun. Stun. Ja, dann geht einer nach unten. Stun. Kann nicht ran. Ari, macht auf mir her weg. Einer muss B. Ich gebe. Ja, einer. Mach grad... Ich gebe B. Mach die weiter da. Wow. Geh auf den Tower. Ja, aber Tower Down. Fuck. Was? Ari, mach weiter. Ist das kein Backdoor-Meer? Wenn du die Begriffe... ...kenn ich auch immer am Turm verloren. Das ist blöd. Ja, die macht mich fertig. Die hat sechs Kiel, sie übersetze, ne? Nee, das ist schon mal sieben. Ist das all das gott? Aber ihr habt auch 2.000 gekriegt, das fast. Äh, bei der Mitte müssen wir dürfen jetzt. Hey, ich kann's nicht. Ich dachte, einer muss aber zu sich halt immer unten bleiben. Was ist das? Du in die Red. Du hast erst den Red wollen. Ist das noch Down? Ich hab gerade... ...dringen... 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 die machen im blum doch nicht hier bei den höheren waren mit da jetzt machen solange können wir noch mal starten wir sind im Wald wir sind hier und und wenn das stoppt schulden dran so gefährlich herumzulaufen losgemacht oder das war eine rolle ja, die machen mich so gut ey, lass reinholen da, Mann Bro, 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 Bro Bro, Bro das sind alle drei anderen ey, hallo ein, cool, reinholen ein yes, yes Bro, Bro, Bro sorry ja, wo ist unser, unser Kayleigh hier hm äh ich seh nur hier Prozona, die alle Kills abgreifen das ist schon nicht mehr witzig Scheiße, Mann, hast du gesehen? Ach, ich bin ja auch schön, das Schöne Schorelias jetzt kannst du mit durchfuschen haben wir, ey, nein, wohl lieber rein hier noch so, lieber kommt weißt du, den packen wir nicht? den packen wir nicht, Mann auch klar, du packst den locker, ja, Mr. Kelly ich hab's gesehen ein schalte Witz, das hatuerdo das war was Zeug hier sogar negativ ist alles Bevor ich komm wenn ich mich nicht in den Spielen die Liebte nicht gewinnen wenn es ordentlich geworden kein Erwachsener ich wollte auch nur was ich ja das heißt wort ist einmal hier drin beziehungsweise hier drin am besten dann war es nur nicht nicht hier sondern hier und einer Bärm das sind die drei Worte gebrauchen das war ja geht natürlich ich habe mir gerade Prozent diesen Schild gekauft was machst du noch mal was? fuck ich bist alleine oder auch nicht nicht ganz alleine oh fahrendes ist nie alleine weg 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 okay ich hab übel zu leid echt leid das ist doch gut ich guck gleich auf Ulti einlässt warte Ulti dann was ey ey ich kann doch nicht ich kann doch keinem gehen ich kann doch keinem gehen schweiß ich weiß ich hab mein Ulti noch hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns ähm ähm ich tickt äh äh mann er ist schlagmampflied oder vorallem und die nachkant die der eine muss den Tänken und städte ich g wenn sie dahinter und sagen richtig weil die gleich super gut umgehen warum wenn es sich nehmen sollen aber auch mal auf die anderen in einem der Tauer das war ja mal wieder egal, ich verexte könnte das ein Mal was Mike wollte ich gleich sterben damit er schnell zu bestem der Städte Bases was anderes heißt sie kommt tot Halt die Fresse, damit du schneller einkauf kannst Ich hab dir mal, ich hab dir die Fahrbunden kriegen können Junge, wir müssen uns doch alles irgendwie gut reden Junge, dich kann man nicht mehr gut reden Felix, jetzt hol mal meine Freundin ab Hey, ich dachte, die steht vor der Tür Ja, die ist wieder abgehauen Ach, weil die zu lange gebrauchtet? Ja, weil wir zu lange... Und jetzt hab ich voll Stress mit dir Nicht mal die Eltern machen auf, oder wie? Nein, sie klingelt nicht Und meine Eltern sind schon am Pennen Ach so Deswegen klingelt sie nicht Ja, ich wär auch beleidigt bei dem Wetter und um diese Uhrzeit da Oh shit Helfer Komm her Halt Danke Hab ich ja mal einen Kill rausgebatet Fifi Zwei Kills rausgebatet Ja Gehst du drauf, Luna? Richtig gut damit kommen dass er noch nicht komplett gewohnt wird wird werden du kannst alleine woanders in zweiter Ort die die meisten mitmachen ein die trotzdem nicht allein wollen kann allein zu kommen gehen ich glaube dass wir von hinten wurde der oder so aus und jetzt und wurde jetzt hier an der Seite aber wenn ich bei mir oder so Ja, brauche ich nicht. Lass eine Tower, eine Tower kriegen wir nicht, scheiße. Ja, komm, lass B gehen, lass... Jetzt machen die Wälder. Geht einer, Red, ich geh Blue. Oh. Das Ganze, lass Dragon machen. Wollen wir hier campen? Dragon. Okay, die sind doch ein bisschen mehr als zu zweit. Ja, nice. Nice. Okay, das ist ein Urteil, ne? Bin ich auch, ey. Ja, das ist ein weiteres Ding. Ja, ich hab's noch bekommen. Nein, hab's nicht, los, wir kommen. Oh, Alter, das war knapp, ey. Ich hab dich hier bekommen, hätte ich Ärger bekommen, ey. Aber da pusht hab durch. Das ist länger, aber. Okay. Ach, ist Ace, ne? Okay. Tatsächlich gewinnen wir das noch. Unglaublich. da steht nichts fest ja wenn die jetzt einen Ace haben, dann ist es vorbei wir sind glaube ich momentan in der Lage wenn das weitergeht, dass die pushen, wir pushen dass irgendwann ein Teamfight das ganze Spiel entscheidet egal ob die oder wir den kriegen ja, ein Ace und anders ist vorbei unten ist offen bei uns deswegen bei denen ist doch nichts offen, wirklich von dem Top sieht doch miserabel aus hier ja, spiel mal als Millie gegen hier kann ich den Red kriegen bitte? gegen Red? ja ja ausnahmsweise Blue ist wieder ab, ne? jo, jetzt seh ich mal ist jetzt dein Bruder neben dir? was? ich schweine her das war doch egal hä, und wieso sitzt Magnus und schau zu, oder was? ah, der ist weg, ey, die wollen der holt seine vorne jetzt ab ach so das ist ja hier Tech Team, dickes Tech Team wollen wir die holst? übrigens ist Wrestling fake die, 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 dieses Spielen nur, so ja, hast du das eigentlich gesehen, dass wir überprogrammend sind? ja, das hab ich gesehen deswegen, das fiel mir grad ein programmend ja Amomo, spiel lieber mit uns komm, ey, komm zu uns ja, warte, ich mach eigentlich die ooooh ich muss eigentlich porten ooooh Shurelia ja weg, 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 amomo ist nicht da ey ich bin spät gesagt, ich bin fast hops gegangen hast du ein Ulti-Sona? ja auf Ari, wenn es geht ja ja, aber Voli, wer steht hier im Weg? ich hab acht Mann ich geh vorbei du musst einfach an die vorbei und auf den Weg gehen geht doch so Oriana macht keinen Schaden die könnt ihr außer Acht lassen dann macht die Voli-Wer lieber Platz ja ja, ich hab noch meine Ulti-Sona auch noch Gute Scheiße oder so, was wir fuhren? der Mitte durch oder ihr Purscht um die beiden Tower weg? das ist, äh, scheiße ja, Purscht Mitte ich kann auch so was machen ich hab genug damit schon alles der Purscht die Tauer dein Super-Minion holen oh, noch bot 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 ich denke, fuck drauf YOLO, YOLO ich denke ich hab noch meine Ulti, ja ich hab auch noch hier ganz ruhig zurück, zurück in den Ibi kriegen wir nicht mehr da ist noch Wecker und Isilien ich ficke Bitches aus Brasilien Isilien? Brasilia! oh Gott oh, oh, oh das ist, weil du dich nicht getroffen hast geh weg da, und ab, und ab, und ab, und ab, mach das geht gut bei Weight Watchers wenn man so gehört Weight Watchers ist auch fake die sind gar nicht fett, die sind nur gut gebaut ja ja unter der Horde irgendwo ganz unten ist noch ein äh, die sind alle in der Nähe, Baron also hey, Baron Baron good my what I get I need you up Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ganz ruhig. Du weißt, was er meint? Wie geht das denn? Kommt. Kannst du Gedanken lesen? Ja. Sie ist... Hier, der Ding ist Löffelverbieger. Das heißt Origela. Nö, der Beruf heißt Löffelverbieger. Der Typ heißt Origela. Da bist du falsch informiert, Mi. Ah, der Wolli. Oder meinst du, bei Matrix 1 ist dieses eine Mädchen in Origendo? Genau. Das war aber kein Mädchen, das war ein Junge. Ja, aber mit Platz. Einer Platzköpfiger Mönch. Achso. Ja, was denn jetzt? Was ist unser Platz? Oh, ey, der Seite guckt gleich noch wer. Von der Seite. Hinter euch. Ja, was die hier nehmen. Jetzt anderen Weg. Hier lang. Jurelia. Okay, jetzt war nicht nötig gewesen, aber egal. Was gibt's? Na, 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 na. Ja, da. Das ist so. Nein. Und wir brauchen ja so wertvolles. Er kommt Wir träumen herum, ein bisschen langweilig damit da nicht schon mal verrekt warte ich bin noch verrekt da tun gg